Ich muss erstmal einen Ton finden wieder. Wir laufen aber schon. Dirk sucht den Ton und ich mach die Anmod. Willkommen bei Fünnüsse mit Dirk und Klaus. Dirk ört gerade in die Leitung. Das hier ist der Podcast mit Dirk und Klaus. Herzlich willkommen auch von meiner Seite von bei... Was ist das hier für ein Knacken? Bist du erst deine Stimme knistert? Also Fünnüsse mit Dirk und Klaus. Dem blauen Klaus heute. Mir ist ein bisschen schwummerig. Ja, deswegen geht der blaue Klaus. Ist das hier so eine seltene Briefmarke, der blaue Klaus? Nur wenn er auf dem Kopf steht. Boah, wie haut der die ganzen Dinger schon erst 30 Minuten aus. Wir haben gerade über Mobilfunkverträge geredet und wie Goodie einen so eincashen und dann einfach nur darauf spekulieren, dass man ewig dabei bleibt und seinen Vertrag nicht updatet. Und dann einfach zu so Uralt-Konditionen da rumgammelt. Ja, Uralt. Unsere damalige Dinger waren jetzt auch schon geiler als Leute, die halt vielleicht auch einen Mannesmann vertraten. Ja, aber halt dann irgendwie erst die Mobilfunkrate, nee, 500 Megabyte Daten, dann waren wir bei anderthalb Gigabyte Daten und ich jetzt bei drei, du aktuell bei fünf, obwohl du, glaube ich, nur 50 Cent mehr zahlst als ich. Oder sagen wir 50 Cent weniger. Wahrscheinlich. Ja, einfach nur, weil man halt zu faul ist, ab und zu mal auf die Seite zu gucken. Aber ist ja wie mit Strom. Also Stromanbieter kannst du halt eigentlich permanent wechseln. Das Geile ist, musst du ja noch nicht mal irgendwie Kündigung schreiben, weil das ja irgendwie, ich weiß nicht, wie so das da funktioniert, bei den anderen nicht, aber dass die neuen Anbieter ja für dich komplett alles machen. Das heißt halt irgendwie Kündigung beim alten Anbieter, bla bla, alles neu verpimmeln, das geht ja schneller als halt irgendwie, wenn... Playstation ist noch dabei. Genau, ja, also echt irgendwie oft so bizarre Angebote übrigens. Und was man auch sagen muss, weil man irgendwie zeitweise so gesagt hat, ja, wer Ökostrom haben will, der muss ja mal mehr zahlen, ist ja gar nicht mehr der Fall. Also weil die auch so fasziniert wurden, wer also jetzt irgendwie sagt... Da können wir gleich zum Thema auch drüber reden, aber... Dein... Der Hambacher Forst muss aufgeforstet werden. Abgeforstet. Der wird auch keiner protestieren, wenn der gar nicht da wäre. Hat mal da jemand dran gedacht. So wie Klimaanwärmung. Wenn die nicht wäre, dann würde keiner hier freitags nicht zur Schule gehen. Was für eine CO2-Bilanz ist es, dass die Leute, dass die ganzen Protestanten erstmal zum Hambacher Forst fahren. Du bist doch auch evangelisch, oder nicht? Ja. Hier beim alten Luther-Podcast, er schlägt hier schon mal seine zehn verschiedenen Themen krematisch an die Wand. Also mal stimmt hier irgendein Wort davon. Thesen? Zehn? Du kremst dich ein? Du hast Themen gesagt? Thesen habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob krematisch das Richtige... Habe ich Themen gesagt? Ja. Egal. Wo waren wir davor, bevor wir auf diesen Mega-Joke-Exkurs gegangen sind? Hast du mir deinen Penis gezeigt? Ja, aber ich meine akustisch. Ja, ich... Ich drehe mich mal kurz. Ja, dreh dich zum Wäldchen da. Ja, eigentlich... Das ist ja echt klein. Ich muss dir mal sagen, oder zeigen, das könnt ihr jetzt ganz schlecht sehen. Wie deine Chilis gewachsen sind? Das ist echt... Das ist krass, aber ich meine, meine stehen halt... Also bekommen halt weniger Tageslicht, glaube ich, in Stunden. Das sieht bei Dirk auf dem Foto aus, so wie Spitzerer Basilikum, den man im Supermarkt kauft. Ja, also das ist echt... Das ist echt Mörder-Milch. Das Lustige ist, direkt daneben ist, was du mir gescheckt hast, dein stilles... Ein ewiges Terrarium. Und da sind die drin, und die Blätter sind halt irgendwie so daumengroß, und außen sind die in freier Natur quasi, und da sind die, ich sag mal, Babyhand groß, die Blätter. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe ja, ich hoffe ja echt, das wäre so geil, wenn da eine Frucht nur ranhängen würde, dann würde es die wahrscheinlich verbrennen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich durch den Winter kriege, die Dinger. Ja. Die wollen ja halt irgendwie immer kontinuierlich, ich glaube 23 Grad. Da ist jetzt eine Fliege drin. Fick den. Wir brechen jetzt ab, sehen uns in den nächsten vier Stunden wieder. Klaus muss erst mal seinen Bunsenbrenner ab. Neulich war ja so ein Nachtfalter drin. Ein Nachtfalter. Dann dachte ich schon, es wird ja so eine A-Rede rauszuhören. Ich habe das Fenster aufgemacht, da ist sofort zielstrebig raus. Aber die sind doch riesig. Ja. Die sind ja auch nicht so, wo du denkst, oh mein Gott, sind die wendig in der Luft? Die sind sehr irgendwie so. Ja, flieg halt raus, flieg halt. Ach, meine Güte. In der Regel muss man die auch besprechen. Das ist ganz gut. Das ist wie eine Warze. Fliege ist wie, ist eine fliegende Warze. Ja. Ja. Das kenne ich halt gerne mit Fliege ab. Wie heißt das? Piss dich. Ja, jetzt dreht er die Fliege. Jetzt hast du hier gleich ein paar PET-Aktivisten mit irgendwelchen protestantischen Aufmalungen auf der Brust vor der Tür. Gottes Willen, ey. Schon wie die Protestanten drin. Können wir uns, apropos Aufmalungen auf der Brust, ich kann, hast du Norseman mal gesehen auf Netflix? Norseman? Ja. Also. Ich spreche es mal jetzt bewusst mit dem norwegischen Dialekt aus, den alle benutzen. Das ist eine norwegische Netflix-Serie. Und es geht um einen Pfleger oder eine Schwester. Norseman. Norse. Norse. Wie nordisch. Es geht um Wikinger. Ach so. North. Aber es ist eine Wikinger-Sitcom. Okay. Willst du noch ein bisschen was von der Szene oder soll ich es einfach rücken lassen? Ne, nein, es ist halt so ein bisschen auch von der, also wenn du dir nur die grobe Handlung anguckst, so ein bisschen wie Vikings oder so. Du gehst übrigens von den Farben fast in deinem Sofa unter, habe ich gerade gedacht. Ja. Ich sehe nur noch deinen Kopf, selbst deine Kopfhörer sind schon farblich abgeschlossen. Das war der Effekt, den ich hier erzielen wollte. Ja, also Wikinger, aber es ist eigentlich eine Comedy. So ein bisschen wie Brooklyn Nine-Nine unter Wikingern. Also alle sind die ganze Zeit albern, eigentlich auch viel zu modern in dem, was sie sagen und wie sie reden. Das ist eigentlich das große Problem der Wikinger gewesen. Ja, und wie sie sich benehmen. Jederzeit voraus. Einer lässt sich zum Beispiel gerade ein Tattoo stechen. Well, you know, it's what they always say. My body is my rune stick and my tattoos are my saga. Okay. Also wirklich. Northman. Ja. Sechs Folgen, zwei Staffeln. Also sechs Folgen pro Staffel, zwei Staffeln. Kann man gut so wegsehen, kann man auch gut beim Training sehen zu Hause. So eine Miniserie ist halt oder was? Ja, genau. Also halt, ja. Wie lange ist eine Folge? 30 Minuten. Also gesagt, halt klassisch, klassische Sitcom-Länge. Ja, Brooklyn Nine-Nine ist immer so um die 22. So eine ganz komische. Ich glaube, die neueren sind auch 30. Nee, 22 ist halt so eine Fernsehhalbe Stunde, wenn noch Werbespots zwischendrin laufen. dann ist es wahrscheinlich so. Genau, und ich glaube, die neueren Folgen, die für Netflix produziert sind, sind auch 30 Minuten. Leck mich doch im Arsch. Ja, also kann ich nur empfehlen. Northman. Witzige, witzige Serie. Vergessen wir, wo wir waren. Vorher bei, ja, war das ewige Terrarium. Du hast den Netzteil in deinen alten Amiga 500 Plus eingebaut. Gott, das wäre. Ja, es war eine Zwei-Stunden-Aktion. Vor allem, ich kam relativ schnell durch. Was halt echt lange gedauert hat, war den Kleber abzuschrauben. Ich hätte jetzt gedacht, das wären alles klassisch irgendwie so eine Steckmodule wie im Tower. Und so hat er wirkt, und rein und raus. Nein, ich meine, es ist halt alles verschraubt. So, und die Schrauben zu lösen, ist nicht das Problem. Nimmst halt dann, also, da war es halt, ich nehme die Box raus. Ein Kreuzschlitz auf den Torx Inbus und im Hammer noch extra und dann hast du eine neue Kerbe geschlagen. Ja, was hier, Torx 010, und Torx 08 oder so, halt mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Hat Arthur bei King of Queens nicht mal so einen eigenen Schraubenkopf erfinden wollen, indem er halt einfach den Kopf von einer alten Schreibmaschine, äh, Schreibmaschine, äh, abgeflext hat und meinte, er macht jetzt ein A, ein A-Schraubenkopf für Arthur. Gar nicht, gar nicht schlecht wahrscheinlich. wäre noch nie keiner, keinen Anraub drauf gekommen. Nee, also, das war, das war, das war echt nicht das Problem. Aber der, der Glasrahmen, also vorne ist ja einfach, als wäre ein Display raufgeklebt, also ein normaler Monitor und der ist halt geklebt. Und das, da musst du halt mit so einem Pizzaschneider rein, den Kleber aufschneiden. Der hat's aber dabei. Äh, genau, das kam in so einem Repair-Set, wo auch... vorher angeföhnt? Nee. Gibt's immer in irgendwelchen Tutorials das Handy leicht angeföhnen, wenn das anheben wird? Bei Handys, ja. Also da war's auch nicht in der... Schön Industrieföhn. Siehst du halt, wie sich die Festplatte wegblubbert. War ganz schön mit so einem Heißluftföhn dagegen, der Bildschirm wälzt sich schon. Aber ich hab das 1A abgekriegt. Keine Klebeflecken mehr. Und dann dauert's halt ewig, den Kleber abzuschaben, damit du die neuen Klebestreifen auflegen kannst. Hm, das stellt er also mit der Ewigkeit an. Und dann ist es halt so... Also im Tower hast du ja so große Stecker und die sind halt wie bei einem Laptop alles so kleine Stecker. Und dann kannst du die halt alle irgendwie mit so einer Plastikspitze da rausfummeln und dann wieder mit meinen nicht vorhandenen Fingernägeln reindrücken, ohne einmal quer über die Platine zu schaben und so ein paar Kupferverbindungen abzubrechen. Klaus im Nebel. Ja, da hatte ich so diesen spannenden Moment, als ich das Display rangehalten hab und alles verklebt, äh, alles eingesteckt war, wo ich ihn eingeschaltet hab und dann war's so, geht er jetzt an oder nicht? Ja, aber dann ging alles. Dann war ich mir zugelegen. Was für eine Spannungskurve. Ja, aber dann ging alles. Ja, ich mein, du bastelst halt, schraubst da zwei Stunden rum und dann weißt halt nicht, alles richtig gesehen. Also ich mein, bei meinem Laptop hab ich's ja schon öfter gemacht, aber... Ich hoffe, du hattest so ein kleines Doku-Film-Team in der Ecke, die das Ganze... Ja, ich hab's als Timelapse festgehalten. Ja, das hab ich, das hab ich gesehen. Äh, das waren dann halt so, ja, zwei Stunden Arbeit, aber wo ein Großteil war halt echt den Kleber abschaben. Ich mein, halt Kleber abschaben, ist halt nie eine geile Arbeit. Außer, ihr seid da zu Hause vielleicht so ein gewissen Fetisch belegt worden. Den Affen will ich sehen, der das als Fetisch hat, Kleber abschaben. Ich würd ja sagen, gibt's jeden Scheiß. Irgendwie so einen gewissen Widerstand abknibbeln, das ist wie so ein Erfolg, ist schwierig, nicht auf Anhieb. Warum ist eigentlich schon wieder Sommer und warum war zwischendurch Herbst? Ich komm mir nicht mehr klar, ey. Ja, wir nehmen hier über drei Jahre verteilt auf, innerhalb von zwei Wochen. Also echt, naja, auf jeden Fall die Jahreszeiten. Kann nicht sein, dass man innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche, zwei Jahreszeiten. Die Temperatur, die wir jetzt haben, ist ja relativ normal für den Juni. Was sind ja heute? 24, 25 Grad? Ja, in der Sonne seien gerade 27. Ja. ne? Also je nach Zeit. Dass nichts Außergewöhnliches, wenn nicht letzte Woche oder vor drei Tagen noch irgendwie so 16 Grad gewesen wären. Genau. Und davor vier Tage 40 halt im Schatten. Ja, gut, ne? Müssen wir uns dran gewöhnen. Die Jahreszeiten kommen ein bisschen schneller. Ja. In drei Tagen schneit's. Ja. Was war das orangengroße Hagelkörner in Italien? In Italien? Ich dachte in Lateinamerika. Ach so. Hm. Ja. Ich glaube. Gut. Ja. Mailand, Madrid, Hauptsache New York oder wie wäre der Sprung? Apropos, reisen wir mal in die Ferne. Ich habe so ein paar interessante Dokus gesehen in der letzten Zeit. Wir wissen ja alle. Mit Ökertours. Ja, nee, wir wissen alle, der Planet ist dem Ende gefeit. Das hatten wir doch schon mal. Ja, aber Ich dachte gefeit. Was sind die? Es gibt, ich habe so ein paar, es gibt so abgefahrene Pläne dazu, den Planeten zu retten. Darüber können wir ja mal reden. Also nicht das Universum. Ich hoffe, du hast es auch rausgesucht, weil ich kenne deine abgefahrene Pläne nicht. Ja, ja, ja. Das sind nicht meine abgefahrene Pläne. Achso, ich dachte, wir müssen welche uns... Können wir auch, wenn uns was Besseres einfällt. Ich glaube ja. Können wir das natürlich machen. Ich glaube ja. Ich glaube, wir klären die Frage hier abschließend. Also es heißt ja immer, der Klimawandel von Experten ist tatsächlich, also es mangelt nur am politischen Willen. Wir können besser, wir wollen nur nicht. Naja, es ist ja, es ist ja glaube ich auch, ich denke mal primär, es ist geldabhängig. Also die meisten machen mit der jetzigen Situation enorm viel Kohle und fürchten halt den Schritt ins Ungewisse, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und nicht zum Beispiel wie so Vorzeigeländer wie Schweden oder sowas, die dann gesagt haben, von wegen hier mördermäßig Besteuerung und nur noch regenerative Energien und hast dich gesehen und sind Vorreiter und haben gesagt, seitdem das passiert, ist halt die, die Wirtschaft halt nach oben geschossen im Vergleich zu anderen und haben so ein gewisses, in dem Sinne, so ein Vorreitermodell dann geschaffen in Europa und werden halt auch alles, denke ich mal, reißen, was zukünftig halt ansteht und wir pimmeln dann halt klassisch als Deutsche so ganz, ganz hinten nach. Also alleine Dänemark, also neben uns was oder Schweiz. Also das ist zum Beispiel eine Sache, auch wo du darüber geredet hast vorhin, Ökostrom, was man immer denkt, der wäre so teuer, was in der Erzeugung überhaupt nicht stimmt. Ja. Also das ist so ein klassisches Missverständnis, was die Kohle- und Ölindustrie den Leuten eingeredet hat, dass Ökostrom teurer ist als normaler Strom. Also jetzt sage ich normal, als Strom aus nicht nachwachsenden Rohstoffen. Auch dieser Quatsch, der Merkel mal erzählt von wegen, naja, ist ja eine gute Sache, aber es gibt halt einfach zu wenig und die bringen halt auch zu wenig, deswegen müssen wir Kohle und Atom noch nachrüsten oder beziehungsweise weiter erhalten und nachweislich halt, schafft halt Mecklenburg-Vorpommern mit regenerativen Energiequellen wie Windrad, mehr als sie als Bundesland verkaufen und müssen es dann per Gesetz ja halt dann verkaufen und sie haben halt auch irgendwie nur prozentual, also du hast ja da nicht einfach, was du erwirtschaftest beziehungsweise was du als Energie erzeugst, nutzt du halt dann frei, sondern es gibt ja trotzdem vorher eine Regel und dass sie sagen, ja, ihr könnt halt 40 oder 65 oder sonst was abdecken, macht ihr zu viel, dann muss das weg. Dann müsst ihr das halt irgendwie nach Polen verkaufen, keine Ahnung, ist halt so Pech und ihr müsst, ja, müsst ihr ein paar alte Plasma-Bildschirme am Strand laufen lassen. Und wir haben ja nicht immer nur, wenn wir Einbußen haben, sondern es sind ja halt Festverträge mit beispielsweise Ländern wie Frankreich oder so, dass da halt Atomstrom eingekauft wird. So, und dann kannst du ja Energiegewinnung machen, wie du willst, wenn dann halt Salern sagt, ja, wir müssen jetzt ja einkommen, wir haben diesen Vertrag. Solche Geschichten übrigens. Was tatsächlich, das hatte ich ja schon mal erwähnt, das ist ja auch so eine Sache, für die Umwelt, was die Treibhausgase angeht, ist Atomstrom eine der saubersten Energien. auch wenn du die Fertigung von Photovoltaik-Anlagen und so mit einberechnest. Das Problem ist halt, dass wir Atomstrom benutzen wie in den 40ern. Naja, aber also es ist doch immer noch, dass die Lagerung der Brennstäbe halt eine maximale Belastung. Weil wir halt AKWs benutzen, die halt Müll sind, technisch. Also das ist, als ob du deinen 40er Mercedes aus des Führers Fuhrpark fahren würdest. Aber wie kriegst du da Atomstrom ohne Brennstäbe oder Lagerung? Indem du nicht Uran oder Plutonium benutzt, sondern Thorium. Ja, und das hast zum Schluss keinen Müll, oder wie? Das hat Müll, der nicht so lange in der, was weißt du, Uran und Plutonium hat so ein paar hunderttausend Jahre, glaube ich. Und ich glaube, also Thorium ist deutlich weniger radioaktiv und hat, glaube ich, nur ein paar hundert Jahre. Das heißt, und du könntest, es gibt halt noch so neue Technologien, also es entwickelt sich natürlich auch ständig weiter, wie, ich glaube, es heißt schnellere Anlage oder heißere Anlage, die weniger Atommüll erzeugen. Aber warum, also ich meine, warum dann überhaupt auf das setzen, wenn man, naja, ich meine, es gibt ja nicht nur halt irgendwie Photovoltaik-Anlagen oder Windkraftanlagen, es gibt ja halt auch Gezeitenkraftwerke. Ja, selbst Gasanlagen sind halt deutlich, deutlich umweltschonender, als, das habe ich bei Extra 3, wie ist das Extra 3, wo ist immer der reale Wahnsinn, oder wie ist das? Ging es halt auch darum, dass so ein Gaskraftwerk, was nicht arbeitet, was arbeiten könnte, aber weil die ganzen Kohlekraftwerke in der Umgebung den Strom liefern, sitzen da Leute rum und gucken den ganzen Tag auf die Bildschirme, ob irgendwas ausfällt, wenn sie, und ich glaube, sie hatten irgendwie so acht Lauftage in den letzten Jahren, wenn sie mal kurz angeschmissen werden müssen. Wobei es natürlich viel sinnvoller wäre, dieses Kraftwerk zu betreiben, als dass wir Braunkohle aus der Erde schaufeln, die trocknen, die Braunkohle muss ja auch noch getrocknet werden, und die dann verheizen. Ja, ich meine, aber auch die Emotionsscheiß, also nicht nur die Gewinnung von Kohle, sondern die Emission danach. In den 90ern in der Schule wurde die ganze Zeit von Pumpspeicherkraftwerken gequatscht. Weiß nicht, ob das noch mitgekriegt hat. Kennst du diese GameTube-Episode? Nein. Es gibt so eine GameTube-Episode, kann ich nur empfehlen, wo sie Bayern das Spiel spielen, halt so ein ganz, ganz absurdes Browserspiel, was aussieht wie aus den späten 90ern, oder ich sage mal aus der Mitte der 90er, was aber eigentlich aus dem Jahr 2010 oder so ist, und da gibt es auch mal so die große Lösung für die Energiefrage ist das Pumpspeicherkraftwerk. Aber war das bei euch nicht auch in der Schule so? Nicht, dass ich wüsste. Das sind die fünf Jahre, die uns trennen. Weil das, wie wir gesagt haben, von wegen in der Nacht für günstige, wenn der Strom günstiger ist, wird dann halt in der Talsperre das ganze Wasser hochgepumpt und dann alles aufs Reservoir und dann am Tag, wenn der Strom teuer ist. Vielleicht ist es auch die Region, die uns trennt, dass es in Niedersachsen realistischer ist, sowas aufzustellen. Als in Spandau. Na, ich meine, ich meine, was halt in Berlin die Havel und die Spree, die mit 20 Zentimeter pro Stunde fließen. Ja. Ich meine aber auch Gezeitenkraftwerke oder sowas oder einfach Wellenkraftwerke. Da sind ja halt, da ist ja irgendwie Schottland total am Start. Also was die an Gezeitenkraftwerke raushauen. Aber ich meine, wie viele starke Flüsse wir haben, so die permanente Kraft halt rausballern. Die Timmwiese zum Beispiel. Na, ich meine, aber dass wir da halt nicht irgendwie, weiß nicht, in Rhein und Ruhe und Leine und Isar und hast nicht gesehen, irgendwelche kleinen Minikraftwerke, was die halt permanent reißen. Du musst immer nur sagen von, ja, musst du aufpassen, immer hier ist der Tote, blablabla. Ja, aber wieso nutzt man diese Energie nicht mal was anderes, außer irgendwelche besoffenen Touristen sterben zu lassen im Fluss? Dass du einfach sagst, natürlich glaube ich, das ist auch wieder so ein Floranfauna-Ding, wenn halt einfach so ein kleines Kraftwerk halt ins Wasser setzt, dann werden ganz viele sagen von wegen, ey, hier ist der heimische Ostseelachs oder sowas, den machst du damit tot oder keine Ahnung. Ja, aber da würde ich jetzt sagen, ja, lieber der heimische Ostseelachs als wir. Ja, man könnte ja auch dann erstmal so denken, gibt es so Alternativen, so, also beziehungsweise kriegt man den Lachs halt irgendwo anders hin zum Laichen oder es gibt ja Kriegen wir den irgendwie anders tot. So, aber es gibt ja halt auch, also überall diese, sind das überhaupt Lachse, diese Lachstreppen in den Flüssen? Ja, wahrscheinlich Lachse, ja. Ja, die dann halt in so einzelnen Dingern so rumspringen. Klingt auch so eine Ruhrpottbeleidigung. Ich höre mal zu, du Lachstreppe. Ich finde das so geil, weil ich habe das schon ein paar Mal gesehen und dass die das wirklich annehmen, das finde ich das Verrückte, dass die halt an so einer totalen unnatürlichen, großen, grauen, wie so kleine Pools dann irgendwie echt munter da reinspringen und nächste Stufe, nächste Stufe, das ist halt geil, dass die halt auch irgendwie so trainierbar sind, in diesen Weg dann gehen von so, ah, weiß ich nicht. Naja. Na gut, ne? Was war jetzt eigentlich die Frage? Oh, das hast du noch gar nicht gestellt. Wie retten wir die Welt? Ah, wie retten wir die Welt? Also vor der Klimakatastrophe. Ja, nicht Trump oder sowas. Ja. Obwohl, das geht ja einher. Das geht ja einher. Wie wir als Nachwuchsplanetärs? Ja, wir als Captain Planet, ich wäre... Wheeler, der coole New Yorker, der das Feuer kontrolliert. Also ich dachte, der die ganze Zeit einen Wheelie macht oder so. Aber ich meine eigentlich... Auch die sinnvollste Umwelt Rettungsmaßnahme der Welt, Feuer. Ja, manchmal braucht man es. So. Wo ist gerade Mörderüberschwemmung, wo komplette Städte verschwemmen? In Moldawien ist doch... Ja. Das ist doch halt irgendwie krass. Und dann irgendwie Putin da war und meinte von wegen, ja, ja, bis zum Winter... Liegt es vielleicht an einem gewissen Vigo, dem Leiden von Moldawien? Oh. Ja, Leiden von Moldawien, hast du schon gesagt. Der gesagt hat von wegen, ihr habt jetzt bis Winter, habt ihr auf jeden Fall neue Häuser, bestimmt eure Städte stehen wieder. Und die gesagt haben, wir können ja noch nicht mal jetzt irgendwie quasi Schutt und sonst was wegräumen, weil es halt noch so instabil ist, die Infrastruktur ist weg. So. Also wir können jetzt nicht halt permanent irgendwelche Lastenhelikopter, russische Dinge einsetzen, die halt immer nur Stückchen wegschleppen und gar nicht wissen, wie sich quasi der... Ich wollte gerade sagen, Helikopter ist jetzt nicht... Ja, also ich war das halt alles sehr obskur und da sind dann plötzlich alle Menschen obdachlos. Und was ich aber krass finde, wenn du die im Interview hast, ich weiß nicht, ob die... Ich war jetzt ARD-Dinger, das wirkte halt nicht so, dass sie so bunt gewählt haben, aber die ist schon bereit, die Masse dann sagt so was wie, ja, hier Putin, der macht das schon. Also dieses blinde Vertrauen, aber da hätte ich gedacht, das ist die Hoffnung, glaube ich. Voll am Arsch bist, dann sagst du jetzt nicht, das war's, sondern du sagst, der hat gesagt, das wird. Wenn du auch indoktriniert genug bist, also 20 Jahre regnet Propaganda auf dich ein, dann... Ja. Ja, also... Ich habe gestern ein Video gesehen von Leuten, die für Trump vor dem Weißen Haus protestiert haben und das ist auch, die sind alle so gehirngewaschen, das ist der, ja... Gab's einen Inhalt oder haben sie einfach nur gesagt, four more years? Five more years ist ja noch das eine Jahr, was er jetzt durch hat, aber das war tatsächlich einer der Siegesrufe, ja. Sag auch... Sind eigentlich gerade Ferien? Die ganzen TV-Haus sind alle... Noch, ja. Was sind denn das für Ferien? Noch sind Weihnachtsferien. Äh, Weihnachtsferien. Noch sind Sommerferien. Ja, Sommerferien noch. Also Schulferien einfach. Ich weiß ja nicht, wie lange die da sind und warum... Kommt das Bundesland an? Oder meinst du in den USA? Ja. Achso, wir starten. Ja, die werden ja auch Sommerferien. Also ich glaube, die sind da so recht zwei Monate lang oder so. Okay. Ich glaube recht lang. Zwei Monate lang nur irgendwelche Zusammenschnitte von Trevor Noah und so. Aber apropos, im Sommer fliegt man ja gerne. Ja, auch mal Wochenende nach New York. Ja. Vielleicht kann man das sich auch mal klemmen. Aber ich habe mich heute ein bisschen recherchiert dazu. Es gibt Kompensationsangebote. Hast du davon schon mal ausgehört? Nein, erzähl. Du kannst, du gibst einfach ein, wie viel, wohin du fliegst, mit wie vielen Personen und dann... Vielleicht hat jemand einen kleinen Rearjet, der gesagt hat, der ist leer, hinten ist das ganze Gold drin, setze ich aufs Gold. Ah, ich fliege den nur gerne mal so ein bisschen aus fürs Wochenende. Ja, der muss warm sein, Turbinen wollen warm sein. Und das misst dann deinen CO2-Fußabdruck, den du durch die Reise hinterlässt. Und dann hast du ein Kompensationsangebot. Du kannst dich also, wie bei Ecosia, dann quasi davon freikaufen, indem du Bäume, also das Pflanzen von Bäumen unterstützt, die dein verbrauchtes CO2 binden. Nochmal, wie war das? Du kannst Bäume unterstützen? Also du unterstützt eine Organisation, die Bäume pflanzt. Ja, okay. Und die rechnet dir vor, wie viel CO2 dein Flug kostet. Und die sagen dann, so und so viele Bäume müssen wir dafür pflanzen, das kostet dich nochmal 100 Euro Aufpreis. Und dann kannst du dich quasi von deiner CO2-Schuld freikaufen. Mit einem Ablassbrief. Ja, sehr geil. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, grundlegend finde ich das okay, aber vielleicht fände ich auch so ein höheres Bewusstsein besser, dass man so sagt, muss ich wirklich dahin? Und so, wenn ich halt dann irgendwie, keine Ahnung, Langzeitflüge, erst ab zwei Wochen oder sowas, weiß ich nicht. Also generell Kurzstreckenflüge könnte man vielleicht streichen. Ja. Der Bund unterstützt ja auch Flughäfen, die es eigentlich so nicht mehr gäbe in Regionen in Deutschland, die eigentlich mit einem Bahnhof und einer besseren Netzanbindung an den Schienenverkehr gut auskämen. Und in Deutschland, ja anders als in den USA, wie ich gelernt habe, in den USA fahren gerne viele Züge noch mit Diesel. Ja, aber ich habe gestern gesehen, bei Quarks auf der Instagram-Seite oder sowas da. in Deutschland auch. Dass sie gesagt haben, halt die Deutsche Bahn ist gar nicht so grün, wie man denkt. Also es gibt dann halt irgendwie reiner Ökostrom, sind glaube ich 56 Prozent, den ICEs und so. Ja. Aber alle Regionalbahnen und sowas fahren bei uns auch alle wild schön mit Diesel, weil die sonst halt diese unerschlossenen Strecken halt einfach nicht decken können. Und es gibt halt irgendwie, der Rest ist aufgeteilt auf Kohlestrom und glaube ich sogar sechs Prozent Atomstrom. das liegt auch an den einzelnen Bahnhöfen. Die ganzen Bahnhöfe samt der riesen bescheuerte Berlin-Bahnhof, die sind halt alle Ökostrom befreit. Die sind halt alle an irgendwelche günstigsten Anbieter vor Ort geknotet und das sind dann in der Regel immer bei so großen Firmen immer schön Kohle. Es ist halt auch, genau, aber das liegt ja darin, dass die Kohle halt unterstützt wird vom Staat. Ja. Deswegen können die es halt so günstig verkaufen. Aber wusstest du, dass Deutsche Bahn der größte Glyphosatabnehmer Deutschlands ist? Was wollen die denn damit? Die Unkraut auf den Schienen beseitigen. Die fahren, ballern halt immer runter und da gibt es halt Glyphosatfahrzeuge oder Schienen und sonst was und die strömen halt überall dann den ganzen Scheiß drauf, vor allen Dingen bei so nicht permanent gefahrenen Strecken, weil Unkraut hat halt der Nachteil, dass die Wurzeln teilweise so stark werden, dass die halt Schienen aufbiegen. Von den Höhen und von der Formung nach rechts und links halt verändern können im Laufe der Jahre. Deswegen ballern die jedes Jahr Tonnen an Glyphosat auf die Schienen. Das ist auch ganz geil, ne? Nur mal so als, also falls du irgendwie... Jetzt muss ich mir also sparen an den Schienen zu lecken mit anderen Worten. Ja, oder falls du die halt Mein liebstes Hobby. Wenn du so ein Ökobier kaufst, was halt so einen geringen Teil an Glyphosat hast, dann legst du halt einfach einen von diesen Schienensteinchen mit rein. Dann hast du hier einen Maximalwert erreicht. Gut, oder ich lege meinen Toast einfach auf die Schienen, warte bis zum Zug drüber fährt und dann ist er schön knusprig. Fertig. Aber die haben gesagt, es ist immer noch das Grünste, was du nehmen kannst, wenn du langst. Ja, ja, das auch. Aber dass du nur im Hinterkopf fährst, dass es nicht alles gleich grün. Pro Personenkilometer hast du einen, ich glaube, das sind insgesamt Treibhausgase-Ausstoß bei, wenn du Bahn fährst, von 41 Gramm pro Person, pro Kilometer. Ja. Beim Fliegen sind es 211 Gramm. Auto ist 142 Gramm. Ja. Wobei ich beim Auto bin mir nicht ganz sicher, ob es, also wie es ausgerechnet ist, ob es auf ein volles Auto ausgerechnet ist oder auf ein leeres Auto. Ja. Das finde ich auch total geil. Also ich meine, da ist ja was dran. Das stimmt ja auch, dass die, als dann hier jetzt der Markt immer größer wird für E-Mobile, dass die Zeitungen sich jetzt erstmal überschlagen und erstmal sagen, wie scheiße und wie, wie, Ja, umweltschädlich, die Batterien. die Herstellung ist und seltenen Erden und Menschenausbeutung. Was ja stimmt. Da ist ja was dran. Und unser Öl wird ja in der Regel unter Fair-Trade-Bedingungen in menschenrechtlich einwandfreien Regionen gewonnen. Genau. Das wird, also ich meine, es ist dann halt schon so, dass halt ein Oberklasse-Fahrzeug, Elektro-zu-Oberklasse-Verbrennung, hast du halt weniger Emissionsausstoß bei der Herstellung. So, aber halt die Lebensdauer halt von einem E-Fahrzeug zu einem ganz normalen herkömmlichen Verbrennungsmotor, der permanent gewartet und der halt von allen Seiten, da muss ja immer Scheiße reingesteckt werden, die halt auch echt immer belastet für die Umwelt ist und dann halt auch die Abgase in der Stadt und Geräusche und hast nicht gesehen. Also in Großstädten ist ja über 50% Emissionen nur Fahrzeuge und nichts anderes. Ganz kurz noch letzter Nachhack zum Flugverkehr. für den Punkt. 5% aller Treibhausgase kommen durch den Flugverkehr zustande, obwohl 90% der Weltbevölkerung keinen Zugang zu kommerziellen Flügen haben. Wow, okay, das klingt so wieder mit diesen die reichsten 5% Ja, ja, okay, so, pardon. Nee, ist ja alles richtig. Also ich meine, ja, passt ja alles, ich hatte nämlich, ich kann gleich nochmal dann überschwenken zu E-Flugzeugen. Wow, gibt's da schon was? Also was ich zum Beispiel echt komisch finde, das ist auch immer leider wieder so ein Bundesding, wo dann halt irgendwelche Verträge, wo da natürlich Geld hintersteht, dass dann halt immer nur eine Alternative so subventioniert wird wie E-Mobile, die übrigens in den 80ern und 90ern ja halt schon ihren Start hatten. Also da hat sie halt Frankreich zum Beispiel ohne Ende geballert für den europäischen Markt und dachte von wegen, naja, die anderen Länder kommen langsam, aber es hat halt keiner gekauft. Und da gab's halt dann die einfachen E-Mobile, die halt nicht alle möglichen Ausstattungen im Innenraum, dass du halt so von wegen, ne, mit Klima und Fensterhebern hast, den Scheiß, den du ja eigentlich nicht brauchst, wenn du sagst, ich will echt nur fahren können mit dem Fahrzeug. Und da gab's schon die ersten E-Versionen, die halt einfach die Batterien tot standen, weil sie keiner gekauft hat. Plötzlich neu gebaut. Genau, und das ist ja auch so eine Sache, die Batterien entwickeln sich ja ständig und zwar wirklich schnell weiter. Ja. Deswegen halt, wenn die Batterien zehn Jahre alt sind, dann vergleichst du es mit einem neuen E-Fahrzeug, dann ist es halt einfach, ja, also wirklich kein Vergleich, was die Reichweite und die Leistungsfähigkeit hat. Und was man nicht vergessen darf, ein reiner E-Motor ist fast wartungsarm. Also der fährt, bis halt die Wendel halt einfach durchgeschmolzen ist und nicht wie ein klassisches Verbrennungsdienst, was permanent Öle und irgendwelche anderen Flüssigkeiten. Ja, genau, die ganzen Reibungspunkte, die ganze Mechanik, die drin verbaut ist. Das ist halt einfach komplett aufgehoben. Ja, und was ich nicht verstehe, Wasserstoffmotoren werden halt einfach nicht unterstützt. Genau, das ist ja fast Emission, also die sind ja Das ist auch so eine Sache, ich habe gestern halt was von einer Klimaforscherin gesehen, die meinte, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir um den Klimawandel aufhalten zu können, wo es heißt, machen wir Option A, B oder C, sondern das heißt jetzt D, all of the above. Ja. Genau, also das ist halt immer so, als ob das eine das andere ausschließt. Also wo ich auch von so politkonservativen aus sage, ja, aber passt mal auf, die deutsche Autoindustrie, die kommt dann richtig, wenn die Wasserstoffmotoren, die Mercedes angeblich entwickelt, sich durchsetzen. Ja, können sie doch machen, aber es hält sie doch keiner davon auf, E-Motoren herzustellen und sie zu entwickeln. Also als ob Mercedes, Audi, VW und Co. nicht das Geld hätten, so viel in die Forschung zu investieren. in mehrere, also ich meine, jedes Unternehmen, in jeder, jedes Pimmelunternehmen forscht immer gleichzeitig in mehrere Richtungen. Also als ob Adidas oder Nike nur jeweils einen Fußballschuh im Sortiment hätten, weil sie sagen, nein, das hier ist der einzige Fußballschuh. Und das ist ja auch der Markt, also die sollen sich ja auch reiben und somit entsteht ja dann Nachfrage, Preise, bla, bla. Aber das finde ich halt, ich meine, wenn halt E nur E finanziert und subventioniert wird vom Staat, dann ist natürlich klar, dass die Firmen sagen, wir setzen halt alles auf E. So und dann irgendwann sagt der Stelle, ja, wir brauchen auch andere Tiefen so und dann denkst du, er hätte immer von Anfang an und die Dinger sind ja alt. Ich meine, mittlerweile ist es zwar der Stand, dass halt Wasserstoff nicht die Reichweite hat wie Verbrennung oder E im Vergleich zu, aber wie emissionsarm die Herstellung ist und wie emissionsfrei komplett die Nutzung ist, das ist ja halt auch der Vorteil zum E. und das ist funktioniert, die deutsche Marine hat U-Boote, die mit Wasserstoff fahren. Also es ist alles nicht, dass man sagt, ja, aber es ist alles noch experimentell und wie E-Flugzeuge, den Exkurs mache ich gleich, sondern das ist ein bewährtes Konzept, was man halt anpassen und optimieren muss. Ja. Wir haben doch letztens beim Einkaufen irgendwie gesehen, Lidl wurde halt irgendwie angeliefert und das war ein E-Lkw. Fand ich voll geil. Also ich meine, da war es ja natürlich halt auch, da ist es eine andere Reichweite, da sind halt riesige... Aber in der Stadt heißt das... Ist ja auch so logisch. Ja, natürlich. Innerstädtisch auf jeden Fall erstmal vielleicht anders handelst, als jetzt die langen Strecken überwinden. Und auch, also was würde denn Supermärkte davon aufhalten, einfach einen E-Ladeplatz anzubieten in der Zeit, in der die B- und N-Laden werden? Das wird ja sicher auch 30, 60 Minuten dauern. Ja. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Als die ganzen Carsharing-Modelle rauskamen, da gab es ja neben Car2Go und DriveNow und sowas, da gab es ja von Deutsche Bahn und Citroën gab es Multi-City-Carsharing und das war das einzige reine E-Angebot. Das wurde halt von den Leuten total gut genutzt. Das mussten sie einstellen, weil sie halt zu wenig Ladestellen hatten und weil sie halt mit der Stadt irgendwelche Abkommen hatten, die gesagt haben, ja, ja, wir werden halt, aber die haben gesagt, ey, Entschuldigung, wir haben keinen Platz, also wir haben generell ja so wenig Parkplätze, dass von den Angemeldeten, nicht von den Leuten, die von außerhalb Tourismus oder sonst was oder oben liegenden Pendler, sondern von den Angemeldeten in Berlin zehn Prozent permanent sich bewegen müssen, deswegen haben wir keine freien Parkplätze, die freizustellen für E-Tankstellen, deswegen haben wir das eingestellt und deswegen musste dann die Multi-City-Car-Company ihr komplette Flotte einstellen, weil wir gesagt haben, ihr findet es geil, wir finden es geil, wir können sie nicht laden und wir können nicht immer halt irgendwelche LKWs kommen lassen, die die wieder abholen oder eventuell halt mit, mobilen Akkus sind ja nicht drin, die sind ja fest verbaut, so was. Das ist ja anders als bei den E-Tretrollern oder E-Fahrrädern, da reicht ja theoretisch ein Fahrradkurier, der rumfährt und die Akkus mitnimmt, weil die sind halt groß wie ein Laptop-Akkur. Also du siehst halt bei Coop und bei EMI siehst du halt dann auch irgendwie, da steht ein T4 Diesel, der dann halt irgendwie hinten die Akkus alle wechselt und du denkst, ist das wirklich die Idee? Ist das wirklich die Idee? Genau, also ich meine, wie gesagt, da reicht halt ein Fahrradkurier mit so einem großen Tornister auf dem Rücken. Ja, voll. Also für die ganzen Sachen und da muss man auch nicht so halsbrecherische Geschäftsmodelle wie Voy und Co. durchführen, wo die Leute, das ist einer dieser E-Tretroller-Anbieter, die, da kannst du nämlich ganz cool Juicer werden und dann lädst du die, dann lädst du die Roller bei dir zu Hause für drei bis vier Euro pro Lado. Also du nimmst die Akkus raus? Nee, du nimmst den Roller hoch. Ach du Scheiße. Also eigentlich, ich glaube, es gibt ein Modell, wo du sie rausnehmen kannst, aber ich habe einen Zeitungsartikel darüber gelesen auf Bento und da war der Affe mit seinen, zwölf Kilo glaube ich, war der Affe mit drei Tretrollern bei sich im Wohnzimmer, wo ich denke, also es ist doch kein fairer. Dann wirst du wieder so ein Uber-Modell. Ja, aber das ist doch auch, also ich meine, der Lohn ist doch absolut unfair und dann zu sagen, ja, aber die Leute machen es ja auf freiwilliger Basis. Nee, ihr schafft halt so absolute Niedriglohn-Arbeitsplätze. Ja, so eine Abhängigkeit. Genau, und wenn du halt einfach, also ich hätte nichts dagegen, wenn es heißt, ey, du lädst den zu Hause und dann ist deine nächste Fahrt gratis oder so, aber das geht halt, also ja, also du schaffst halt einfach, du nimmst einen Arbeitsplatz weg, indem du den Leuten weniger dafür zahlst, die nicht sozial versicherst und also ich meine, ja natürlich, das ist halt wie Pfandflaschen sammeln. Das ist das Segment, was dadurch geschaffen wird. Ja, du sollst sagen, das macht den Scheiß ja auch kaputt. Ja, ja eben, genau. Da hatten wir es ja letztens auch, dass halt von den Plastikverpackungsmüll 56 Prozent alleine Getränkeverpackung sind und dass diese Scheiß-Einweg-Pfandkacke so totaler Schwachsinn ist und dann zumal das Wasser halt auch vergleichsweise schlechter ist, als das, was in der Leitung ist, so. Und du denkst, es spricht auch einfach nicht dafür zu sagen, ich brauchst, ich meine, du hast es ja selber, du machst es ja selber. Kulensäure. Ja, ich meine, aber da kannst du ja auch den Watermax oder sowas, die reinballern, die Säure zu Hause und du holst die kleinen Gaskartuschen. Die sind ja auch auf jeden Fall in Metallform und die werden ja halt auch ewig hier nachgefüllt. Apropos Metallformen. Gaskartuschen. Weißt du, wie du die Kulensäure für diese Kartuschen gewinnen kannst? Zum Beispiel mit Anlagen, die CO2 aus der Atmosphäre filtern. Eine so eine CO2-Anlage nach dem derzeitigen Gestand wird unter anderem gefördert von Bill Gates und noch ein paar anderen Firmen. Darauf komme ich gleich. So eine Anlage, so ein komisches Ding, wo man steht von wegen, filtert so viel wie mehrere Turbinen, eine Anlage 40 Millionen Bäume. Achso, okay, das ist ein großer Wald. Ein großer Wald. Wie viel Plänterwald circa? Neun. Neun Millionen. Ne, neun. Neun Bäume. Das ist ein, wir haben immer nur so eine optische, der Rest ist Spiegel. Die haben ganz viele Spiegel, Weiß ich nicht. Ein paar hundert, würde ich sagen. Nur hundert? Ein paar hundert. Ein paar tausend? Ich hätte jetzt echt tausend gesagt. Wahrscheinlich, ne? Das ist halt so schwer zu rechnen, weil ich weiß halt nicht, wie viele Hektar das sind. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nur ha, 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 ha. Ja, naja, also so eine Anlage schafft halt viel CO2 und das wird dann, kann so kleinen Kügelchen ausgegeben werden. Die kannst du unter anderem an die Limonadeindustrie verkaufen, weil die halt Kohlensäure daraus machen können. So, aber kannst du damit noch was viel Geileres machen, Dirk. Kannst du es nämlich auch einfach tief in die Erde pumpen und dann kommst du an das Öl ran, was in den tieferen Schichten liegt. Deswegen ist der andere große Sponsor von diesen CO2-Filteranlagen unter anderem die Ölindustrie. Das ist doch Fracking im Grün, oder nicht? Naja, nur, dass sie halt Öl rausholen, nicht Gas. Ja, aber wahrscheinlich noch andere Scheiße und dein Wasser schmeckt dann immer nach C, 15w40. Das ist halt genau wie dieser Kompensationshandel beim Fliegen. Ein zweischneidiges Schwer hat auf der einen Seite reinigst du halt die Atmosphäre, auf der anderen Seite lieferst du den Ölfirmen halt auch kein Incentive, irgendwas besser zu machen. Ja, das meine ich halt. Genau, einer der Wissenschaftler meinte auch, ja, lustige Idee müssen wir wahrscheinlich auch machen, dann staatlich subventioniert oder von Leuten wie Bill Gates, der das halt nicht aus niederen Motiven macht, sondern weil er halt gerne die Welt retten möchte. Durchaus verständlich. Aber, also man kann halt CO2 auch dadurch sparen, indem man es nicht verbraucht. Oder beziehungsweise indem man es nicht in die Atmosphäre pumpt. Aber, also was ich gemerkt habe durch dieses schwedische Modell, dass sie gesagt haben, man kann nicht jeden mit Informationen erreichen und auch wenn man weiß, wie es richtig ist und was zu tun ist, ist man irgendwo an so einem Punkt, dass man halt nicht jeden überzeugen muss. Also sie haben gemerkt, dass sie handeln müssen, aber sie haben auch gemerkt, dass sie nicht das ganze Volk überzeugen können beziehungsweise zum Handeln bringen auf Anhieb, indem sie sagen, mach doch mal bitte. und deswegen haben sie gesagt, man muss halt teilweise halt auch zum Guten zwingen. Er redet, lest gerade irgendwas, irritiert mich? Egal. Und dann haben sie maximal halt Öle besteuert, sodass halt eigentlich nur noch irgendwelche Logistikunternehmen und irgendwelche Transportunternehmen und sowas, dass die dann halt subventioniert vom Staat werden, weil die halt so viele Langstrecken fahren müssen und die anderen haben halt dann alle oder die meisten sind da gezwungen umzusetzen halt auf E-Fahrzeuge und sonst was, weil sie gesagt haben von wegen das Volk ist jetzt nicht, dass wir das irgendwie überzeugen müssen, sondern das ist wirklich der Weg, den wir gehen müssen und das muss die Welt gehen und dann nach ein paar Jahren Umstellung merken sie halt von wegen, dass halt alle dabei sind und sagen, ja ist alles okay, geil und läuft und ist ja richtig so und hier, also wenn du halt irgendwelche Interviews, Straßendinger hörst, wie die Leute halt echt, also ist ja freiwillig, wenn sie wissen, wie viel sie im Jahr im Stau sehen und sitzen sind und dass es halt einfach nicht besser wird und Tendenz schlimmer und dass auch die Frage von wegen, würden sie etwas anderes machen? Nein, würden sie auf EU-Mobil umstellen? Nein, also von wegen, bis der letzte halt, letzte Tropfen, also was für so eine massive und dann halt auch Leute nicht mit viel Erfahrung, also Leute, die sagen von wegen, ich habe meinen Wagen zwei Jahre, ich bin 20 Jahre alt, ich werde nie wieder auf mein Fahrzeug, weiß nicht, verzichten wollen, ich werde immer Benzin tanken, also sowas, wo du denkst, da muss ich doch nicht Überzeugungsarbeit bis zum letzten, sondern es geht ja nicht um diese Person allein, wenn es nur um deren, also alles, was eine Person betrifft und einen, sag ich mal, einen Gesundheitszustand von einer Person, ist mir das ja irgendwie, also sollte ja jeder gesunden Weg gehen, aber ist ja egal, also kann ja machen, wenn jemand bewusst sagt, ich will nur Fett fressen und ich will halt nicht Sport machen, okay, da eine Entscheidung, aber wenn du damit andere beeinflusst, also das Leben anderer irgendwie gefährdest, dann muss man irgendwann in so einen Zwang kommen, finde ich, und dann ist es mir auch scheißegal, und bei Deutschen glaube ich, muss ich richtig zwingen, wie die CO2-Steuer zum Beispiel. Das haben doch jetzt, das ist doch Frankreich, die jetzt irgendwie, ja, nicht nur, das ist nicht nur Frankreich, ich meine, aber das war jetzt in den Medien irgendwie, dass Frankreich die Flüge steuern will, ja, also natürlich, sicher, also, vollkommen versteht, musst du, also, die Schweiz zum Beispiel hat eine CO2-Steuer, die nicht festgeschrieben ist, sondern die passen sie halt flexibel an. Je nachdem, wie viel gerade ausgestoßen wird, kann die Steuer dann halt flexibel erhöht oder gesenkt werden. Ja. Die liegt, glaube ich, derzeit bei 90 Euro, plus minus. Also, was heißt das? Pro Tonne CO2, glaube ich, ist es. Ich meine, jeder Bürger monatlich, jährlich. Nee, das Benzin wird dann halt teurer. Also, der Treibstoff wird teurer, die Energieerzeugung für schmutzige Kraftwerke wird teurer, Flüge werden teurer. Ja. Aber halt flexibel. Also, wenn das heißt, in den Sommerferien wird mehr ausgestoßen, wird halt da entsprechend alles teurer. Ja. Etc. Also, ne, so lässt sich das halt anpassen. Also, es ist halt keineswegs irgendwie, dass du es festschreiben musst, wie die Mehrwertsteuer. Übrigens auch schön, in Deutschland sind internationale Flüge mehrwertsteuerfrei. Werden also dadurch staatlich subventioniert. Wie? Ja, natürlich. Also, ich meine, du musst halt teilweise nicht mal neue Steuern einführen. Es reicht halt, alte Schlupflöcher zu stopfen. Ja. Oder wie manche sagen, dann auch einfach, sich zu zahlen. Das wäre ja auch mal gut, wenn manche Firmen auch zahlen würden, wäre auch ganz geil. Amazon ja auch so ein Riesen-CO2-Molloch. Durch ihre Server-Action, oder? Ne, was die Lieferungen angeht. Ach so, okay. Also, und die zahlen ja, was in den USA haben sie, Null-Dollar-Steuern gezahlt? Da haben sie zusammengekratzt, ey. Ja, das war ganz schön hart für Jeff Bezos, der wäre mit seinen Milliarden fast unter einer penisförmigen Rakete. Ich wollte es nicht sagen, dass die auch noch mit dem Penner aussehen muss, ey. Das ist so eine Klischee-Bedienung. Ja, naja, naja, genau, warum ich jetzt, elektrische Flüge, Flugzeuge. Also, schwierige Sache, weil eine Batterie pro Kilo nur drei Prozent der Leistung von einem Kilo Kerosin hat. Also, macht es schwierig, ein Flugzeug dauerhaft in der Luft zu halten. Eine Möglichkeit sind Gasturbinen, die während des Fluges Energie erzeugen. Also, so kann das Flugzeug halt selber Energie erzeugen und die dann sofort wieder in den Antrieb speisen. Die sind mit derzeitigen Turbinen relativ bauehnlich. Das ist also nicht so ein Riesending, das umzusetzen. Es wären aber immer noch Hybridmaschinen. Hätten aber, ich glaube, 20 bis 40 Prozent ist die Rechnung, weniger Treibstoffverbrauch. Immerhin schon mal gut. Problem bei der Sache. Die Flugzeuge dadurch werden deutlich leiser. Was ist das Problem? Dadurch werden in vielen Teilen Nachtflugverbote aufgehoben und die Fluggesellschaften können den Flugverkehr erhöhen. Also, das heißt, der Ausstoß bleibt gleich oder was? Wäre wahrscheinlich unter dem Strich die Sache. Also, ein anderes, also, eines der anderen. Aber würde ein Flugzeug an sich nicht? Also, ein Flugzeug, was halt selber keinen Lärm macht, aber halt durch Geschwindigkeit halt einfach eine, okay, durch eine Schallmauer, du brichst ja keine Linie im Flugzeug. die machen halt immer noch Lärm, aber halt deutlich weniger und können halt die Sachen einfach zuschalten, wenn sie in der Luft sind. Die Windräder machen solche Lärm. Ja, und zerhacken die Vögel. Fünf Milliarden Falken dieses Jahr allein durch die Windräder in Norderney. Hat Trump gesehen. Aerodynamischere Flugzeuge, das wäre auch noch eine Sache, was halt so weniger Spritverbrauch führt. Beamen, aber auch den Nachteil hat, also auch mehr Aerodynamik bedeutet weniger Lärm, bedeutet, Flugzeuge können auch nachts fliegen. Ja, also wie gesagt, das hat zweischneidig, ich glaube, es ist halt eher ein kulturelles Ding, dass man den Leuten halt ausredet, für jeden Bullshit zu fliegen, gerade für Strecken, die du auch mal in den Zug fahren kannst, wo du ja mit dem Flugzeug oft nicht mal Zeit sparst. Also innerdeutsch. Wenn du überlegst, das Einchecken raus, ja. Genau, bist dann halt irgendwie ein bis anderthalb Stunden vorher am Flughafen. Der Flughafen ist ja auch im Gegensatz zum Hauptbahnhof in der Regel nicht innerstädtisch gelegen. Das heißt, du fährst erstmal dahin. Da wäre dann auch das nächste Ding, in den 90ern wurden halt ganz viele Bahnstrecken Deutschlands halt einfach gesperrt oder abgebaut, so um Gelder für die Deutsche Bahn zu... Ja, für die Privatisierung. Genau. Immer gut, solche Infrastruktursachen privat unternehmen zu hinterlassen, was man ja auch bei dem Netzausbau in Deutschland merkt. Das wäre nämlich sowas, dass man da vielleicht nochmal sagt, wenn mehr Leute darauf setzen müssen, dann kann ich nicht mit dem ICE von München nach Berlin, weiß nicht, fünf, sechs Stunden dauern. Ich meine, da haben sie gesagt, von wegen, das ist jetzt irgendwie 15 oder 25 Minuten schneller als 1955. Wo du denkst, what? Was ist das für eine... Und dann sind das diese, die sagen von wegen, das sind die Highspeed-Strecken, die ja nur fünfmal halten. Warum ist das trotzdem so? Wir müssen halt aufgrund der Infrastruktur können wir nicht gerade runterfahren. Warum denn nicht? Es wird jeden Tag dahin gepimmelt. Warum denn? Was soll denn das? Also es ist halt eine Frage des Netzausbaus. Berlin ist ja auch noch nicht so lange. Es ist einfach eine Frage des politischen Willens in so vielen Punkten. Eine andere gute Sache, die wir beide schon so passiv unterstützen durch Ecosia, ist die Aufforstung. Ja. Aber da gibt es ja echt etliche Modelle. Ja, mehr Bäume bedeutet, also Bäume binden ja CO2. Da habe ich, aber das war total lustig, weil letztens ging es auch darum, bei ARD und Quarks ging es halt um die Aufforstung und zwar jetzt. Und dass halt die Fläche in Deutschland ja oder generell weltweit locker gegeben ist und die größten Waldflächen irgendwie Russland, Amerika und vergesse ich immer. Jedenfalls wäre das die Möglichkeit, auf jeden Fall locker das auch zu forsten und weil Wälder ja brauchen, da musst du bestimmte Wälder nehmen oder Baumarten nehmen halt schnell. Regenwald zum Beispiel wäre super, aber den brauchen wir ja für das Palmöl, damit wir uns weiterhin fünf Finger breit Nutella auf Steak schmieren können. Also ich will richtig schöne Möbel. Ja. Also wir hatten damals in Letta, wo ich herkomme, da war da ein ganz großer Streit, da war dann irgendwie hinten am Rande so Felder und Wälder und Deichen oder sowas, da war so eine kleine Fußgängerbrücke, die war halt so drei Meter breit und fünf Meter lang und es war eine komplette Tropenwaltsbrücke. Das war auch mal richtig gut für den damaligen Bürgermeister, als das dann rauskam. Ja, war aber so ein gutes Angebot von so einem Lokalen an wie jetzt. Ja, und das ist wasserbeständig, das ist ja auch im Tropenwald, da regt das immer, das ist Wahnsinn, das ist super, das Ding. Ja, nicht wie eine normale Holzbrücke, die man behandeln kann. Ja, das, ja. Oder Alternativen zu Holzbrücken. Ja. Also schön in den 90ern eine Tropenholzbrücke einfach mal so hingezimmert. Ist nicht gut. Gott. Ja. Ich hoffe auch von so einer Expedition, die das auf dem Schiff geholt hat, dann die Leine runtergeliefert und noch in den Expeditionsjacken mit ein paar südamerikanischen Sklaven, die sie mitgebracht haben. Seitdem hatten wir dieses kleine Lizard-Problem. Überall waren die Dinger dann in den Länden. Eier. Ja. Ja, genau. Und da haben wir gesagt, einerseits von wegen Aufforsten jetzt, wichtig, bla. Und dann war, ich weiß nicht, ob es Quarks oder ARD war, die haben halt gesagt von wegen, wenn wir jetzt halt diese Aufforsten beginnen würden, dann wäre halt so eine Dichte von einem Waldgebiet, was gleichzeitig ein anderes Problem hervorbringen würde. Dieser Wald würde nach außen hin sehr viel Licht absorbieren und da drinnen wäre eine unheimliche Hitze. Da bist du bei der, da bist du bei der richtigen Sache angekommen. Man spricht davon, der Albedo. Sagt dir das was? Albedo ist ein physikalischer Messwert, der, ähm, die, das Rückstrahlvermögen einer Fläche beschreibt. Also das, das, ähm, Reflektions... Genau, genau. Also die Pole zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, war, als sie noch vereist waren vor ein paar Jahren, haben ein relativ hoher Albedo, weil weiß strahlt natürlich viel, ähm, Sonnenlicht, vor allem bei klarem Himmel, zurück. Wie Iren. Ja. Ja. Einfach mal so ein, einfach mal so ein... Grün hingegen, wie Irland, so. strahlt weniger zurück, äh, dementsprechend alles, was wir aufforsten, reduziert halt die Albedo der Erde. Ja, aber ich, da hab ich auch gedacht, von wegen, ist denn der Untergrund, wo wir aufforsten würden, ist ja nicht weiß. Genau, das ist, das ist die Sache. Also wenn wir halt ehemalige Forstgebiete wieder aufforsten, ja. Das ist eher positiv, wenn wir in, äh, Gürteln, in so Regionen, die eher trocken sind, wie die Sahara, Aufforstung der Sahara, technisch durchaus möglich, da so ein Projekt gegeben. Guck Las Vegas an, ne? Ja. Die Stadt, die es sein soll. Einen Wald hinzupflanzen, das ist dann eine andere Sache. Ja, aber das sind ja hoffentlich keine Pläne, außer irgendwelche durchgeknallten, zugegucksten amerikanischen Wissenschaftler sagen, da ist doch alles Wald. Ja. Vor allen Dingen haben die Berliner Dialekte die amerikanischen Wissenschaftler. Nee, aber... Das war ein Berliner Dialekt, das ist mir mal neu. Forrest Wolf. Aber, nehmen wir jetzt mal ehrlich, also jetzt so Aufforstung, das Geile ist so, und dann im gleichen Atemzug gibt es dann halt Abforstung wegen... Das ist halt die Sache. Die älter, Hambach... Schritt eins, wir müssen nicht alles aufforsten, wenn wir mal aufhören, alles abzuforsten, aus irgendwelchen Pimmelgründen. Also, für jeden Scheiß dann zu sagen, nee, der Wald, der muss aber weg, die A9 brauchen neuen Ableger. Ja. Es sollte, glaube ich, auch einfach, ich weiß nicht, ob es mittlerweile so ist, aber in der Schule sollte echt so viel mehr Allgemeinkundliches getan werden, dass man, also klar sind die Basics wichtig, aber dass man weiß, der jetzige Stand ist das. Und keine Ahnung, allein sowas wie euer Konsumverhalten kann schon etwas ändern. so, dass man, also, mir ist zum Beispiel, es ist nicht so lange her, ich weiß nicht, bestimmt erst so ein paar Monate oder sowas, dass ich mitgekriegt habe, dieses Bewusstsein hatte ich gar nicht, dass halt auch gewisse Gemüsearten halt mördermäßige Klimasünder sind. die zu konsumieren oder zu kaufen, ganz vorne ist ja halt die Avocado. Meine Liebling. Dein Liebling, genau, so zweieinhalb Avocados, eine Tonne Wasser für den Arzt. Ich pflanze die alle, um das wieder gut zu machen. Ich meine aber sowas, dass man sagt von wegen, orientier dich mal auf lokale Obst, Gemüsesorten, sonst was der Klassiker. Oder Sachen wie die Papiertüte im Supermarkt ist eigentlich, was den CO2-Abdruck angeht, schlimmer als die Plastiktüte. Weil das nämlich kein recycelndes Papier sein kann, weil die Fasern zu kurz sind und brechen würden. Ja, und das muss halt dickes Papier sein. Das ist nicht so wie eine Seite Druckerpapier für zu Hause, sondern das ist halt ein energieaufwendiger Scheiß. Und die halt einmal mit nach Hause zu nehmen, dann für den Papiermüll zu benutzen. Und das ist halt ein Scheiß. Aber genauso wie irgendwelche Jutebeutel. Also wenn du die Jutebeutel holst. Was war es? 500 Mal muss man die benutzen? Genau, du musst die halt, also wenn du einen hast, dann musst du den permanent haben. Benutz den, Freunde. Aber die Scheiße ist, ich habe so viele Jutebeutel, ich weiß gar nicht, wo die her sind, ich könnte mich damit Kleider schneiden lassen. Genau, ich auch. Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich immer, als ich auf der langen Nacht den Museen gearbeitet habe, habe ich jedes Mal einen neuen Jutebeutel bekommen für das Material und mitgenommen. Und dachte eigentlich, ja super, aber jetzt habe ich hier 20. Ja, man hat auch immer dieses, man hat immer dieses Bewusstsein, dass man sagt, ey, man hat hier einen Jutebeutel gekauft. Ja. Das ist gut. Ja. So, du denkst, also ich meine zum Glück, wenn wir einkaufen, sind wir so geplant, dass wir auf jeden Fall immer so Taschen dabei haben. Das ist mir ganz, ganz praktisch. Aber ich hatte, gestern habe ich meine vergessen, aber ich hatte ein Sweatshirt dabei, das habe ich dann einfach zugeknotet und mein Einkauf da reingestopft. Oh Gott, ich hoffe, du warst nackt oben rum. Unten rum. Oh, er trägt mir Sweatshirt Hosen. Das ist das Beste einfach. Schön mit den Beinen durch die Ärmel und den Pimmel unten durchs Kopfloch. Was war im Bild? Ich kriege jetzt gar nicht verschrieben. Habe ich ja zum Glück gerade übernommen. Ist wie Austin Powers, dieses Schattenspiel, wo dann irgendwann diese komische Nabelschnur da zwischen seinen Beinen rausfällt. So ein ähnliches Bild habe ich. Ja, aber das wäre schon mal so ein Anfang. Aber ich meine, ja, halt so Sachen, also einfach bewusster zu machen, auch was die Verschwendung von Lebensmitteln angeht in Deutschland, in allen Industrienationen. Das ist halt einfach, das ist energieaufwendig, die herzustellen. Wenn die verrotten, ist das ein riesen Treibhausgasemissionsding. Dafür ein Bewusstsein zu schaffen und halt nicht nur bei den Konsumenten, die halt nur so und so für erreichen können, sondern auch bei den Produzenten. Und dann einfach gewisse Sachen, gewisse Richtlinien rückgängig zu machen. Was halt zum Beispiel die Form von Kartoffeln oder Gurken angeht. Also ich glaube halt, also genau, dass diese EU-Richtlinien, wie halt eine Aussehung, welche Farbe, welche Größe, die Gurken-Richtlinie ist aus Deutschland und wahrscheinlich viele andere auch, weil die Discounter sich da durchgesetzt haben und gesagt haben, ja, aber wir können mehr Gurken transportieren, wenn die gerade sind. Ja, klar. Also ich bin auf jeden Fall für, bei gewissen Richtlinien definitiv für einen Zwang, dass man nicht sagt von wegen, ich muss es dir erklären, dann bitte, bitte mach, sondern das ist die Möglichkeit. So zum Beispiel, total geil, wer war das, dieser baden-württembergische Getränkehändler, der dann überall in den Zeitungen und Medien war, der gesagt hat von wegen, ich warte nicht darauf, bis die EU und die Bundesregierung das macht, weil ich sage, jetzt gibt es bei mir keinen Plastik-Scheiß mehr. Er hat gesagt von wegen, letztes, was war das irgendwie im Dezember oder sowas, hat er mit seinen Kollegen gezählt, er hatte über 10.000 Plastikpfandflaschen. Er hat gesagt, so ein Wahnsinn. Und er hat gesagt, er weiß ganz genau, er wird der Leute halt vergrauen. Er hat gesagt von denen, ja, aber sie werden eventuell, dass sie ihre Einbußen, das ist ihr Untergang. Und er hat gesagt, ja, aber ich werde nichts ändern, wenn ich sie das mache und ich wette durch diese Medienwelle und wenn er die Social Media gut nutzt, dann kriegt er halt andere Kunden, die auf jeden Fall auf ihn schwören. Ja, das ist ja für ihn genau sein explizites Branding. Genau, der gesagt hat von denen, der nicht, alter macht aus einfach nur, ich habe hier Mehrweg, ich habe hier Glas. Und ich habe am besten, das wäre auch noch ganz klug, wenn er gesagt hat, ich habe hier ganz viele lokale Getränkeanbieter. Das heißt hier, meine LKW-Fahrten oder die LKW-Fahrtentüranlieferung sind halt auch nicht irgendwie durch verschiedene Länder oder sowas oder... Ja, aber das ist ja auch so ein Ding bei dem Recycling, dass wir halt, was das Plastik angeht, immer noch den Mythos haben, ja, wenn wir das in die gelbe Tonne packen, dann wird sie recycelt. Ja. Nicht 100% wird recycelt. Nicht alles kann recycelt werden. Die Sachen können nicht beliebig oft recycelt werden. Das Recycling ist ein energieaufwendiger Stoff, äh, energieaufwendiger Prozess. Also das, da ist halt einfach, da fehlt das Bewusstsein dafür, dass es halt nicht zu 100% funktioniert. Da kann ich wieder meine alte Trier-Geschichte erzählen, die ich schon tausendmal erzählt habe. Das ist halt auch einfach dieses Modell des Recycling, dass halt die Regierung sagt, wir machen das weiterhin, wie wir es in den 90ern beschlossen haben, weil wir das Volk jetzt so geil, äh, irgendwie belehrt haben und somit haben wir halt irgendwie das Gefühl, wir haben es jetzt so ein Stück erzogen. Und diese Erziehung wollen wir beibehalten, obwohl wir wissen, dass halt mit leichten technischen Umwand komplett die Maschinen 50% mehr Rohstoffe rausziehen könnten, als der Mensch jemals sortieren kann. Ähm, und die ganze, und die ganze Abfallscheiße, also diese ganzen verschiedenen, bei uns sind es ja nur Tonnen, aber sobald du ins Umland und aufs Land kommst, sind es immer verschiedene Plastiktüten, die halt markieren, du bist in der Region mit der richtigen Plastiktüte markiert und hast das Richtige drinne. Und damals war das regelmäßig, dass halt irgendwelche Müllmänner selbst entschieden haben, mit vorgefertigten Zetteln, wir haben heute ihren Plastikmüll nicht mitgebracht, genommen, weil wir gesehen haben, sie haben bla bla bla. In den USA habe ich gesehen, einen Bericht, wenn du da, wenn da irgendwas gefunden wird, was in der Recyclingtonne ist, was nicht in der Recyclingtonne gehört, kommt es auf den Restmüll. Ein Scheiß, also wirklich ein Scheiß, es hat irgendwas drauf, ein Fußball oder so, dann wird es in den Restmüll gebaut, die ganze Tonne. Ja, falls ich das aneinander nicht mitgekriegt habe, aber in Trier gab es vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so ein Versuchsmodell, da haben sie halt die... Zwischen uns wahrscheinlich schon länger her. Wahrscheinlich waren es zwei Jahre, also sind es vor zwei Jahren. Da haben sie halt die Mülltrennanlage, haben sie halt umrüsten lassen, zwei Wochen lang, das System total einfach und dann konnten die Trier, oder Trianer oder was auch immer die Bürger Triers heißen. Die Triathleten. Triathleten. Ich glaube, genau den Witz habe ich letztes Mal auch gemacht. Die konnten halt alles rausstellen, immer zusammen. Und das Geile ist, sogar mit Sperrmüll. Und die Müllfahrzeuge konnten halt alles mitnehmen. Die haben ein Fahrrad mitgenommen mit einer Banane und einer Glasflasche und einem Plastikdeckel. Und das haben die in eine Maschine geschmissen und die hat das halt 50 Prozent besser sortiert, als der Mensch es sortieren kann. Und somit waren die Rohnstoffe und dann halt auch die, die haben auch gesagt von wegen, naja, unsere Lieferanten, beziehungsweise nicht unsere Lieferanten, unsere Abnehmer, weil Rohstoffe, also Plastik und Alu und sowas ist ja ein Gut, was weiterverkauft wird, wenn es recycelt wird und dann weitergeht und nicht halt einfach verbrannt oder nach Indien geschoben oder sonst was und dann in den Container wieder zurückgebracht. Und dann haben sie halt gesagt von wegen, ja, und wir haben gesagt von wegen, wir würden das jetzt gerne umnehmen, also umsetzen. Und dann hat die Regierung lokal und dann halt auch bundesweit entschieden, nee, mit der Begründung, weil wir haben die jetzt soweit. Und das haben wir ganz schön lange gemacht, dass wir die so erzogen haben, die Bürger. Lassen wir jetzt doch so. Das ist super, super. Und das Geile ist, wir hatten doch irgendwann auch mal hier gesagt, verschiedene Tonnen, verfiedene Scheiß und nicht überall gibt es diese Tonnen, zum Beispiel, was du jetzt hast. Elektromüll. Und natürlich passiert das haufenweise. Ja, oder halt, also Elektromüll hat man ja selten. Ja. Wie die orange Tonne, die es ist. Also bei uns. Ja, aber was man halt häufiger hat, sind halt Energiesparlampen. Ja, das ist halt wieder so. LEDs, wo die Sammelstellen sind. Ja. Das ist dankenswerterweise hier einer Warschauer, der nicht rausmahnen, sondern was auch immer die Drogerie da ist, neben dem Rewe, was früher in Kaisers war. Die nimmt LEDs an. Echt? Okay, wusste ich nicht. Ja, aber halt jetzt mal, nach tausend Jahren. Und ich meine, LEDs sind jetzt auch schon eine Weile auf dem Markt. Und auch wenn sie lange halten, halten halt nicht ewig. Ja. Und man sammelt die halt zu Hause bei sich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt so eine Ablage mit alten Energiesparlampen und LEDs. Ich habe gar nicht. Also bei mir sind die ja alle noch super. Okay, aber du hast die wahrscheinlich dann vor dem Umzug irgendwann mal entsorgt. Ja. Aber. Ja, da bin ich zum Beispiel, da hatte ich ja auch noch Öle, den ganzen Scheiß, da bin ich halt zum Wertstoffhof gefahren. Ja, genau. Aber wenn du das halt nicht hast, kannst du halt nicht zu jedem Supermarkt bringen. Ja, aber das muss ich halt loben, ne? Genau. Also fährst du ja nicht mit zwei Lampen zum Wertstoffhof. Das ist halt auch, also dann, dass du halt nicht auch da abverpflichtend sagen kannst, wie ein Supermarkt, der Batterien verkauft, muss die halt auch wieder annehmen. Ja. Genauso sollte es halt mit Energiesparlampen sein. Und auch wenn Lidl die nur einmal im Jahr als Aktion verkauft, was sie ja machen, sollten sie halt eigentlich dazu verpflichtet werden, die wieder anzunehmen. Ich meine, Batterien kannst du in jedem Supermarkt, in jeder Druckerie kannst du Batterien abgeben. Was ja auch gut ist und was viele auch immer noch nicht wissen. Also vor ein paar Wochen habe ich das irgendwie gehört bei Fest und Flauschig oder sowas, dass halt Olli und Jan irgendwie sich erzählt haben, wie sie das immer einfach nur... Ich werfe die in Papiermüll? Ne, ja, ja. Ich meine halt einfach nur so in den Hausmüll schmeißen. Und ich denke, Alter, wirklich? Also Batterien ist so eine Kindheitssache. Das ist so wie aufs Quecksilber-Thermometer beißen. Säure, Säure. Da habe ich gedacht, oh, ja, ist das nicht gut? Das habe ich jetzt erst entdeckt. Das war richtig dumm, habe ich gedacht. Ja. Gut, dann wir sind bei einer Stunde. Ach, echt schon? Ich dachte, du brauchst gar nichts. Nee, nee, nee. Krasser Scheiß, ey. Ich wollte immer eh Motorräder reden und sowas. Okay. Ja, hast du noch was? Naja, Zero ist so der Marktführer. Ja, E-Motorräder. Genau, Zero Motorbikes, sowas. Und die entwickeln jedes Jahr... Eigentlich sind die Modelle ähnlich, aber sie sagen von wegen, naja, jedes Jahr kommt halt auch einfach ein neuer Akku raus, beziehungsweise das sind so wie ein neuer Standard. Das Geile ist bei den ganzen Modellen, das sind halt alles herausnehmbare Akkus, was sich anbietet. Das heißt, du suchst zu Hause bei dir vor die Tür und musst halt deine Maschine, weil wenn du halt, die meisten haben ja dann halt Mietwohnungen und sowas, musst du die halt dann nicht im fünften Stock tragen oder so, sondern nimmst halt den Block raus und dann zu Hause eine steckst du und bummst, ist fertig so. Und das finde ich halt... Auch einfach normal an die... Ja, genau. Also nicht an den Starkstrom, sondern... Also ich meine, wahlweise, natürlich, wenn du zu Hause hast und du hast einen CE-3-polig oder 5-polig zu Hause, dann ist das halt ein Schnellding. Wenn man einen frei hat und dich für den Eherd benutzt, ja. Dann ist das halt eine stelle Sache, weil du dann halt, glaube ich, irgendwie nur 30 Minuten ladest. Okay. Aber wenn du sagst, du hast halt sowas für die City und du fährst halt damit locker eine Woche rum oder sowas und dann Freitag weißt du, dass du morgen nicht fährst, dann kannst du das beziehungsweise über Nacht halt aufladen. Es braucht dann halt trotzdem nur seine 10 Stunden. Oder du hast halt zwei zu Hause. Ja, oder sowas. Aber sowas ist halt irgendwie eine geile Sache und das, wenn die halt nicht so, also bei den Älteren, also wenn du was gebraucht kaufst, ist ja wieder die Sache, wenn du halt ein E-Modell gebraucht kaufst, dann weißt du, du kaufst einen gebrauchten Akku. Das ist ja, also ich meine, auch bei Laptops und Smartphones, das ist halt einfach das Bauteil, was sicher kaputt, äh, nicht kaputt geht, aber halt auf jeden Fall irgendwann so ausgeleiert ist vom Auf- und Wieder-Entladen, dass du es eigentlich nicht mehr nutzen kannst. Also, kannst du ja technisch nichts machen. Derzeit selbst die Besseren haben halt eine beschränkte, ähm, Dauer an Ladezyklen. Ja. Was fällt mir gerade ein, eigentlich sollte ich mich dann ja umgucken, also es kann ja ein Gebrauchtsmodell sein, aber mich halt einfach erkundigen, wie teuer ein neuer Akku ist. Weil der Motor ist in der Regel halt einfach nichts dran. So, weil das ist ein E-Motor, du musst den halt nicht ölen, pflegen, schmieren, irgendwas, sondern der ist geschlossen. Es hat auch, also bei vielen Laptops also, was halt, ne, also dieses, es gibt ja immer das Angebot, also bei Apple Computern halt vor allem, weil die halt in der Anschaffung teurer sind, dieses Refurbished-Modell, aber auch bei teuren Windows-PCs, dass sie hat einfach einmal gewartet, geprüft und halt Teile, wie der Akku ausgetauscht sind. Ja. Und ich glaube, da kann man auch halt einfach gebraucht einen super Deal machen, bei vielen Laptops, die natürlich auch einfach absolute Umweltsünder sind, wenn die nicht recycelt werden, ähm, wegen der Platinen. Ja. Ähm, wenn du da einfach den Akku einmal austauschst und, äh, halt so Sachen wie die Festplatte. Ich hab jetzt ja gerade zu Hause, äh, für alle Diebe da draußen, weiß nicht, ob das dann ist, wenn ihr es hört, äh, vier, äh, Samsung Galaxy S8 Plus Dinger, hab ich ja noch nie gehabt, äh, so eine, so eine Dinger. Also gerne mit dir selber skypes. Genau. Und ich mach ja mit denen nix, außer zu telefonieren und mal eine SMS schreiben. Nichts anderes. Und ich hab die halt alle vollgeladen und nach einem Tag sind diese neun Dinger auf 50 Prozent runter. Ich weiß nicht, was die die ganze Zeit machen. Ich weiß, die liegen da nur rum. Also die liegen ja nicht in der Sonne oder in der Heizkisten draufgelegt oder sowas, liegen einfach nur rum. Und ich dachte, das ist geil, ey. Dann versuchen die sich die ganze Zeit irgendwie ins Internet zu verbinden und irgendwas. Und, äh, ich hab das versucht, irgendwie alles auszustellen, weil von Haus aus sind ja, NFC ist ja alles eingestellt. Alles, wo du weißt, von dem ist verbraucht ein bisschen mehr. Aber trotzdem hab ich gedacht, sieht gut aus. Ist halt wie so ein, wie so ein, ja, Vorzeigemodell von irgendwas so. Aber wenn du überlegst, was hast du denn davon? Also, da brauchst du halt dann schon wieder so eine mobile Akkuscheiße. Das siehst du halt auch mal mehr, dass Leute halt dann nicht ihr Smartphone, sondern ihr Smartphone mit dem Koffer dahinter rumschleppen. So. Dann haben sie wieder so einen alten, keine Ahnung, wie diese alten Bundeswehr, äh, weiß nicht, wie heißen diese großen Bundeswehr-Telefone im Mobilen? Die Telefone, die, die, Funkstationen. So ein Funkrucksack. Oder halt wie die alten, äh, äh, Fotos von irgendwelchen Brokern, die ihre ersten, äh, Handys dann in die Luft. Ja, verkaufen, verkaufen. Genau. Ja. Apropos, wie steht der Bitcoin? Ich glaube, bei 10, 5 oder so. Ja, gestern war es bei F6, als ich geschaut habe. Aber dann hab ich abends geschaut und dann war ich wieder bei 10 irgendwas. Deswegen immer im Sekundentakt kaufen und verkaufen. Wir wären reich, wenn wir das gemacht hätten. Ich würde Timmy ranlassen, weil der sieht ja mittlerweile aus wie so ein Handy-Dealer. Tim Wiese für alle. Nicht-Tim-Wiese-Fans da draußen. Das ist auch mit seinem Gesicht passiert. Das ist auch mörderschmal geworden, oder? Ach, es ist, alles. Aber der ist doch gelangweilt von allem. Er hat das Gefühl von wegen, der spielt gerade die Barbie und Bravo und alles immer vor und zurück. Jetzt hat er bald seine eigene Serie an Fußballhandschuhen in rosa. Wo auch, denn für seinen einen Wrestling-Auftritt steht dann jetzt immer Tim The Machine Wiese drauf, was nie sein Spitzname war. Also in seiner Fußballkarriere hat ihn doch niemand The Machine genannt. Spiegel haben sie ihn immer genannt. Ja, zu Kaiserslautern der Zeit noch. Das passt doch immer noch. Das passt doch super. Ja, gut, Umwelt gerettet, Stunde fünf. Ja, und Wiese fährt ja auch nur mit seinem weißen Lambo immer zum Kindergarten seine Tochter abholen oder so. Ja. Das Ding, ey. Muss ich ihn eh Lambo holen. Ein Stadtauto. Ja, das ist echt ein Stadtauto, ey. Das ist auch diese SUV-Scheiße. Letztes Jahr den Rekord geknackt von eine Million Anmeldungen von diesen Affenscheißdingern, die mehr verbrauchen, lauter sind, mehr Platz wegnehmen, mehr Feinstaub, mehr Mikroplastik in Luft schießen. Aber du kannst niemandem so schnell mitteilen, dass du einen kleinen Pimmel hast, wie wenn du ein SUV fährst. Ja. Ja. Denk doch immer daran. In diesem Sinne, hier sind Fünisse mit Dirk und Klaus. Ja, genau. Fünisse mit Dirk und Klaus at gmail.com, falls du uns irgendwie eine Hate-Mail schreiben willst. At Fünisse-Support auf Twitter. Oder Fünisse mit Dirk und Klaus auf YouTube und schickt Dickpics. Auf allen Podcast-Apps. Schöne umweltbewusste Woche euch. Ja. Oh Gott.